Herzlich Willkommen zurück zu Let's Play Mass Effect 2. Gut, jetzt kommen diese Nachrichten noch dran. Trotz harscher Kritik in der interstellaren Gemeinschaft hat sich die batarianische Hegemonie geweigert, die Produktion ihres neuen orbitalen Spiegelsystems einzustellen. Die rasch zu errichtenden Anlagen können zum Terraformen benutzt werden. Aber Beobachter fürchten, es könne auch zum Missbrauch als Massenvernichtungswaffe kommen. Der Rat der Citadel hat ein Krisenteam von Schlichtern auf die batarianische Heimatwelt Karschan geschickt. Inzwischen lassen anonyme Quellen innerhalb der Verwaltung der Citadel die Vermutung zu, dass ein Specter in den Sektor der Hegemonie beordert wurde. Willkommen bei Citadel Newsnet. Mein Name ist Emily Wong. Ein Forschungsschiff der Salarianer, die Kalanai, wurde nach drei Wochen ohne Kontakt nun offiziell als abgängig bestätigt. Zum jetzigen Zeitpunkt ist unklar, ob die Kalanai angegriffen wurde oder einen Unfall hatte. Frikatten von Turianern und Allianz koordinieren derzeit eine gemeinsame Suche. Hm, auch sehr interessant. Willkommen bei Citadel Newsnet. Mein Name ist Emily Wong. Die Reise der 5. Allianzflotte durch die Vatika-Traverse wird heute mit einem kurzen Besuch bei der jungen Allianz-Kolonie auf dem Planeten Shaskar fortgesetzt. Das erste Kolonieteam auf Shaskar wurde vor zwei Jahren von den GEF massakriert. Durch die finanzielle Hilfe der Asari ist das Kolonisierungsprogramm nun wieder im Zeitplan und hofft auf zahlreiche Bewerber. Was für eine Werbung, wenn man vom GEF massakriert wird, ne? Ich würde da nicht hinziehen. Willkommen bei Citadel Newsnet. Mein Name ist Emily Wong. C-Sicherheit meldet die Festnahme eines gewissen Lenters Sidonis als Folge eines dramatischen Beständnisses. Augenzeugen zufolge betrat Sidonis einen Posten von C-Sicherheit und gestand den Mord an 10 Personen auf Omega. C-Sicherheit prüft den Fall, da Omega außerhalb der Zuständigkeit des Rats liegt. Exeggutor Jellick sagt, es sei unmöglich, Sidonis wegen seiner Verbrechen auszuliefern, weil Omega nicht über eine Regierung verfügt. Oh, der hat sich gestellt. Wie hätte das gedacht? Willkommen bei Citadel Newsnet. Mein Name ist Emily Wong. Horizon ist die neueste und bislang größte Ansiedlung der Menschen, deren Verlust im Rahmen der Welle verschwundener Kolonien zu beklagen ist. Wie in allen bisherigen Fällen hat der Vertreter der Menschen im Rat eine offizielle Untersuchung gefordert. Der Antrag wurde mit 3 zu 4 Stimmen abgewiesen. Der Rat besteht darauf, dass die Angelegenheit ein internes Problem der Allianz ist. Ratsherr Valern sagte, ein Sitz im Rat bedeutet auch, dass eine Spezies ihre eigenen Probleme lösen und anderen bei den ihren helfen kann. Allianz-Ratsherr Anderson stimmte zu, verlangte aber verbesserten Zugriff auf das Weltraumortungsnetzwerk des Rats. Willkommen bei Citadel Newsnet. Mein Name ist Emily Wong. Die Leiche von Danaria Kleris hat die Straft, die in der Ketolbezirk verschwunden ist, wurde gefunden. Wo bin ich denn jetzt hier? Das Kleris hat bekannt gegeben, dass Kleris vermutlich Opfer als Verbrechenswende. Die Ermittlungen laufen. Ab zur Normandy. Ja, das haben wir auch schon zu genug gesehen. So, mal gucken. Wie der Weltraum aussieht. Dürfen wir eigentlich alles haben, zu 100%. So, keine neuen Nachrichten, gut. So, dann bleibt uns jetzt hier nichts mehr anderes übrig. So, dann bleibt uns jetzt hier nichts mehr anderes übrig. Gut, und das Reaper-FFS. Zuck. Schneller, 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 schneller. Ähm, hier ist nichts. Muss ich ja nachgucken. Vielleicht findet sich noch eine N-7-Mission oder sowas. Aber das scheint es auch schon gewesen zu sein, sag ich auch. Okay. Dann schnappen wir den in uns. Ja. So, dann machen wir jetzt wieder einen Reaper-Kalt. Wenn wir mich so mit sind, sind die alle loyal. Ich kann ja mitnehmen, wenn ich will. Hm, Tali auf jeden Fall. Und, ja. Nehmen wir die Schnäpfe mit. Okay, so. Dann wollen wir mal gucken. Was ist das für ein Chaos-Joker? Ich gebe mein Bestes. Der Wind erreicht bis zu 500 kmh. Neben dem Reaper fliegt ein zweites Schiff. Es sendet kein FFS. Das Lada identifiziert es als Gath. Dann ist ja klar, warum das Team sich nicht mehr gemeldet hat. Was ist da passiert? Die Masseneffekt-Felder des Reapers sind noch aktiv. Wir sind soeben dort eingedrungen. Im Auge des Hurrikans, was? Das Lada? Ich dachte immer, das heißt Radar. Hey. Ja, da muss ich nicht... Da muss ich mich jetzt nicht drüber äußern. Niemand heißt uns willkommen. Das ist nicht gut. Oh nein. Und was ist das allererste, was einem begegnet? Memory. Sorry. So. Noch mehr Geld. Noch mehr Geld. Noch mehr Geld. Noch mehr Geld. Die Luftschläuse wurde am anderen Ende des ausgehöckten Bereichs installiert. Wir haben mit dem Druckausgleich begonnen, um Arbeit in normaler Kleidung zu ermöglichen. Die Crew ist angespannt. Ich sage Ihnen ständig, dass es nur die Nerven sind. Eine abergläubische Reaktion auf das, wofür dieses Wrack steht. Die Leiche einer gewaltigen, uralten Lebensform. Was mich betrifft, kann ich die Atmosphäre nicht wegleugnen. Die Winkel der Wände scheinen einen niederzudrücken. Da muss auch ich manchmal die Zähne zusammenweißen. Äh, äh. Klasse. Und, zu viele Memories. Geld. Das hätten wir noch nicht genug. Katalogisierung der Exemplare A203 bis B016 abgeschlossen. Kein Hinweis auf aktive Nanotechnologie. Dr. Chandana glaubt, sie wäre in den letzten 37 Millionen Jahren verrottet. Wir haben nicht genug Daten, um seine Annahme zu bestätigen. Er meint, die Wahrheit sei völlig offensichtlich. Ich mache mir Sorgen. Chandana starrt die Proben seit Stunden an. Er sagt, er hört Ihnen zu. Ja, das ist schon fies. Was? Was ist da gerade passiert? Der Reaper hat kinetische Barrieren aktiviert. Ich glaube nicht, dass wir von unserer Seite aus durchkommen. Ich bin zwar neugierig, was Reaper angeht, aber ich möchte lieber nicht in einem Gefangenen sein. Klasse. Wir müssen die Barrieregeneratoren von hier deaktivieren. Irgendeine Ahnung, wo sie sind? Im Moment der Aktivierung habe ich eine Hitzespitze geortet. Vermutlich im Masseneffektkern des Wracks. Übermittle jetzt die Koordinaten. Warnung. Der Kern hält den Reaper auch auf seiner Flughöhe. Wenn wir die Barrieren also ausschalten, um zu entkommen, stürzt das Wrack in den Planetenkern. Und das bedeutet, dass alle sterben. Versteh schon. Kann ich einmal irgendwas nach Plan laufen? Rein, raus. Ganz simpel. Wenn uns irgendein Steuermann von diesem Ding runterholen kann, bevor es zu tief sinkt und zerstört wird, dann sind sie das. Wir suchen nach Überlebenden und sichern so viele Daten wie möglich. Bereithalten. Ei, ei. Weidmannsheil. Sie sind verheiratet. Das haben sie nie erwähnt. Katie hatte Probleme mit ihrer Aggressionskontrolle. Als mein Bruder geheiratet hat, versuchte der Trauzeuge bei ihr zu landen. Sie hat in die Treppe vor der Kirche runtergestoßen. Äh, äh, Katie ist meine Frau. Die Geschichte habe ich dir erzählt. Nein, ich kenne doch meine Frau. Ich weiß noch, das war der einzige Tag, an dem sie seinen Strump vertrug. Ja, die mit der Naht auf der Rückseite. Daran erinnere ich mich auch. Was zum Teufel soll das? Wieso haben wir dieselbe Erinnerung? Ja. Wie konnte der Reaper ihr Bewusstsein beeinflusst? Das möchte ich auch gerne wissen. Oh Gott, jetzt geht's los. Ärger voraus. Warten, warten. Pech gehabt. Euch hat es zerfetzt. Hey, aus dem Weg. Was macht ihr denn da? Ihr seid doch wahnsinnig. Ihr könnt doch nicht einfach in die Schusslinie rennen. Wir wussten nicht, ob die Technologie zur Herstellung der Husks von den Geth oder von der Sovereign stammt. Dass sie von den Geth kommen sollen, hat mir... Was, was, was? Was geht hier los? Was? Es ist endlich vorbei. Das war's jetzt aber. Das glaube ich aber auch. So. Weiter geht's. Wie unruhigend. Was? Scharfschütze. Ein unbekannter Schütze ist hier unterwegs. Das ist ein Problem. Noch mehr Geld. Und Präzisionsgewehr. Oh, ein kleiner Rückzug. Was ist das? Ich habe es ganz. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Wow. Ha. Wer will nochmal, wer hat noch nicht. Eine moderne Schießgalerie war das. Tontaubenschießen. Schon danach hat gesagt, der Schiff wäre tot. Wir haben ihm vertraut. Er hatte Recht. Aber sogar ein toter Gott kann noch träumen. Ein Gott. Ein richtiger Gott. Ist ein Zustand. Kein alter Mann mit Zauberkräften. Er ist eine Macht, die die Realität durch bloße Anwesenheit formt. Er muss es nicht mal wollen. Er muss nicht darüber nachdenken. Es passiert einfach. Das hat Chondala nicht kapiert. Erst als es zu spät war. Der Geist des Gottes ist fort. Aber er träumt noch. Jetzt weiß er es. Er hat sich auf unseren Traum fixiert. Wenn ich die Augen schließe, spüre ich ihn. Ich spüre jeden von uns. Die haben wir doch schon mal gesehen, Shepard. Ihre Leute nennen sie Drachenzähne. Die Geth haben sie auf Eden Prime eingesetzt. Und woanders auch. Ihr Vorkommen lässt vermuten, dass es sich um Reaper-Technologie handelt, die mit den Geth geteilt wurde. Wissen Sie, wie der Raum strukturiert ist? Für Sie war das Ding wohl so eine Art Altar. Das ist doch nicht normal. Niemand bei klarem Verstand würde so etwas wollen. Sie haben die Loks gehört. Sie haben alles Mögliche gesehen und gehört. Sie wurden indoktriniert. Wir können diesen Leuten jetzt nicht helfen. Aber wir werden nicht zulassen, dass die Maschinen ihre Leichen derart missbrauchen. Verstanden. Ja, ja. Oh, ein Forschungsterminal. So. Ui, 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 ui. Das ist das Gewebe. Na, endlich. Ich dachte schon, das finden wir nie. Oh, jeder Medi, das Medi-Pick. Pack. Oder Medi-Kit hier drin. Oh, jetzt muss ich schon wieder Memory spielen. Also, nach über 30 Stunden wird das einfach nur nervig. Klasse. Klasse. Sehr beruhigend. Schöpferd-Commander. Oh, einer meiner Lieblingscharakter neben Shepard und... Er dürfte nicht sprechen. Was zur Hölle? Turntauben schießen die Zweite. Oh, das war es immer noch nicht. Wow, 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 wow. Rückzug. Oh, Mann. Was? Ach, du Schande. Ey. Geht's dir noch gut? Nein, nein, nein. Wow, wow, wow. Los weg hier. Boah ey, mit einem Schuss mal ne Schilde weg? Jetzt geht's hier aber noch gut, oder? Boah, was zur Hölle war das denn? Noch mehr Geld. Wer hätte das gedacht? Was ist das? Ja. Hoffentlich war's das, ey. Die beginnen mir auf den Sack zu gehen. Aber irgendwie habe ich jetzt ein ganz mieses Gefühl. Okay, gehen wir mal runter. Und als hätte ich es nicht geahnt. Was zum... Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. So, jetzt kann ich mich zurückziehen. Was? Sind wir noch nicht vorbei? Boah, die rennt hier aber auch kilometerweit vor, ey. So, hoffentlich war es das jetzt erstmal. Ich bin doch nicht zähl, so zählte. Wir haben wieder ein Terminal, oh Gott, irgendwie habe ich jetzt ganz mieses Gefühl. Und rückzug, und das möglichst schnell. Oh, Schande. Ey, jetzt ist aber genug. Okay. Okay. Weg mit dir. Tja, eure kleine Taktik, mich in die Ecke zu drängen, hat wohl nicht geholfen. Keine Taktik! Keiner Mordung! Hm? Das war's. Was? Woher zum Geier kommst du denn? Was war Nummer eins? Geh in die Knie! Die Zerstörung des Masseneffekt-Kerns sollte kein Problem sein. Nur dann verlassen wir das Schiff im Alltempo. Toll! Toll! Und schon wieder Memory! Aber erstmal ne Wandsafe! Und schon wieder Memory! Aber jetzt hätte ich nicht geahnt! Warum sollte es so ronder sein? Ach Scheiße! Daneben geklickt! Jetzt mal schnell speichern, weil ich weiß was jetzt kommt! Das muss es sein. Das Servos Team hat es also zurück geholt. Aber wo sind sie jetzt? Autsch! Autsch! Den hat sie erwischt! Autsch! 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 Was ist die Hölle von wo? So lange kann es nicht mehr dauern Ja, das glaube ich gerne Oh, ich habe es gleich tot, ey Wehe, jetzt passiert noch irgendwas Erde hinter uns Komm vorne unterwegs Feind am Boden Gut Oh, noch gerade so geschafft Was sagt man dazu? Sieg auf ganzer Linie Warten Sie, Shepard Cerberus hätte den Geff bestimmt gern zu Studienzwecken Lassen Sie ihn hier Sie wissen, was er ist Wenn er Zugriff auf die Computer der Normandy bekommt Sie haben es selbst gesagt Noch nie hat jemand einen Intakten gefunden Das stimmt, aber Ich weiß nicht, ob es das Risiko wert ist, Shepard Wir haben keine Zeit für Diskussionen, Tali Na los Wolle ich halten, Herr Râte Wack mal Bluttscheuse, Mann Was ist mit mir? Und schon wieder ein Reaper geschlachtet. Wir müssen uns nicht wundern, wenn die an uns interessiert sind, bei dem, was wir denen schon alles angetan haben. So, jetzt haben wir auch noch unseren Privatgast. Ich glaube, wir sollten mal über unser besonderes Bergungsgut sprechen. Wir haben es vorläufig in Edis VI-Kern untergebracht. Wir brauchen für den Kampf gegen die Reaper bessere Ausrüstung. Ein intakter Geth wäre für die Cyberwaffenabteilung von Cerberus unbezahlbar. Dem kann ich nicht zustimmen, Ma'am. Ich habe auf Eden Prime genug von den Dingern gesehen. Ab in den Weltraum damit. Cerberus hat schon lange ein Kopfgeld in bar auf einen intakten Geth ausgesetzt. Ich versichere ihn, die Belohnung ist erheblich. Ich will wissen, warum ein Stück N7-Panzerung an seine Brust geschnallt ist. Vielleicht eine Kriegstrophäe? Wäre eine Maschine an sowas gelegen? Nein. Trophäen setzen Gefühle voraus und sowas haben VIs nicht. Ich vermute, es handelt sich lediglich um eine provisorische Reparatur. Ich habe hunderte von diesen Dingern umgelegt. Aber ich hatte noch nie Gelegenheit, mit einem zu reden. Der hier hat versucht, mit uns zu kommunizieren. Er hat uns vermutlich sogar das Leben gerettet. Warum? Den Geth wieder zu aktivieren, ist riskant. Sie sollten das nur im Interesse der Menschheit tun. Nicht um ihre eigene Neugier zu befriedigen. Für mich dient unserem Wohlbefinden nach wie vor am besten eine Luftschleuse. Mist, die haben mich durchschaut. Ich will meine eigene Neugier befriedigen. So Mist ist es aber auch. Ich werde erst eine Entscheidung treffen, wenn ich weiß, womit wir es zu tun haben. Ich will ihn aktivieren und verhören. Wenn wir ihn aktivieren, gibt es keine Garantie, dass wir ihn auch wieder deaktivieren können. Kugeln können das. Das habe ich nicht. Danke, Ihnen beiden für Ihre Empfehlungen. Ich habe meine Entscheidung getroffen. Tani wird ausrasten, wenn sie davon erfährt. Was ist jetzt mit diesem Reaper FFS? Ich weiß jetzt, wie ich es in unsere Systeme integrieren kann. Dennoch bleibt das Gerät Reaper-Technologie. Die Verbindung mit den Systemen der Normandy bringt gewisse Risiken mit sich. Ich vertraue Ihnen, Edi. Ich weiß, Sie werden es nicht zulassen, dass dem Schiff etwas geschieht. Verstanden, Shepard. Es wird wohl einige Stunden dauern, bis das FFS bereit zum Testen ist. Ich verständige Sie, sobald es soweit ist. Klingt gut. Bis dahin, einfach weitermachen wie gewohnt. Crew kann wegtreten. Juhu. Juhu. Was? Wieso abschuldigen Handlungen? Wieso auf einmal Vorbildhandlungen? Was zur Hölle ist denn hier los? So, dann machen wir jetzt noch die Forschung. Zack, zack, zack. Das hauen wir jetzt auch noch eben schnell durch. Zum Glück habe ich am Anfang die Zeit aufgewendet, diese zwei Teile komplett nur scannend verbracht. Das FFS ist so gut wie installiert, Shepard. Muss jedoch noch seine Auswirkungen auf die Systeme der Normandy überprüfen. Äh, ja. Shepard, es freut mich, dass Sie das Reaper FFS sicherstellen konnten. Und ich habe Edi alle notwendigen Protokolle geschickt, um sie in die Systeme der Normandy zu integrieren. Mit etwas Glück kommen wir damit durch das Omega-4-Portal und können den Kampf gegen die Kollektoren nach unseren eigenen Regeln führen. Ich wurde von einem inaktiven Guess und Ihrer Entscheidung, ihn zu behalten, in Kenntnis gesetzt. Wenn Sie meinen, ihm vertrauen zu können, dann aktivieren Sie ihn. Sorgen Sie nur dafür, dass Edi gegen Versuche, sie zu hacken, ausreichend geschützt ist. Ich hätte vermutlich anders gehandelt, Shepard, aber es ist Ihre Entscheidung. Ihr Rekrutierungsnetz ist bereits sehr weit gespannt. Und falls die Giz und Kampf gegen die Kollektoren bereit sind, können wir sie durchaus im Team brauchen. Ich vertraue darauf, dass Sie die Sache zu Ende bringen, egal was es kostet. Haha, natürlich. Witzig. Sonst würde ich das nicht machen. Mannschaftsquartiere. Oh, ein Allianzmarine. Achtung! Ich schalte das Ding wieder ein. Bereithalten. Zu Befehl! Ich habe unsere Systeme isoliert und zusätzliche Firewalls installiert. Ich bin bereit, jedem Hacking-Versuch zu widerstehen. Ich bin bereit, einem Sie ver. Ich bin bereit. verstehen sie mich ja werden sie mich angreifen sie haben an bord des reaper meinen namen gesagt kennen wir uns wir wissen von ihnen sie meinen weil ich gegen viele gett gekämpft habe wir sind uns nie begegnet wir beide nicht aber ich habe andere gett getroffen wir alle sind und wir sind ihnen nie begegnet sie sind shepherd commander allianz mensch hat heretics bekämpft wurde von kollektoren getötet auf der alten maschine wieder entdeckt alte maschine meinen sie den reaper ein name der dem aberglauben der protean einstammt wir nennen diese lebensformen die alten maschinen ja das ist wohl er sie scheinen erstaunlich viel über mich zu wissen extranet datenquellen ungesicherte übertragungen alle gesendeten daten organischer wesen werden empfangen wir beobachten sie beobachten sie mich oder organische wesen allgemein ja was jetzt beide ja das ist zugleich eine antwort aber auch keine antwort sehr interessant der gefällt mir jetzt schon was meinen sie mit heretics schaffen ihre eigene zukunft die heretics haben die alten maschinen gebeten ihnen eine zukunft zu geben sie sind nicht länger ein teil von uns wir haben die hardware der alten maschine analysiert um unsere zukunft zu schützen sind die reaper auch für sie eine bedrohung ja warum sollten sie andere maschinen angreifen wir sind anders als sie stehen außerhalb ihrer pläne was für pläne haben sie denn was für eine zukunft bauen sich die geld auf unsere wird jemand anders durch ihre handlungen wie die auch immer aussehen mögen beeinträchtigt nur wenn er sich ein mischt da das ist auch mal wieder so eine coole antwort die sich in sich selbst wieder zusammenschließt sie sind also kein verbündeter der reaper wir sind gegner der heretics wir sind gegner der alten maschinen shepard commander ist gegner der alten maschinen shepard commander ist gegner der heretics kooperation dient gemeinsamen zielen wollen sie sich uns einschließen ja und wie soll ich sie nennen ich meinte sie als einzelperson wir sind alle geth wie heißt das individuum das vor mir steht es gibt kein individuum wir sind geth in dieser plattform sind zum jetzigen zeitpunkt 1183 programm aktiv mein name ist legion denn wir sind viele ach so das sind also mehrere in einem körper toll und das passt ja auch so gut legion ja das passt bibel der christen markus evangelium kapitel 5 vers 9 wir akzeptieren das als passende metapher wir sind legion ein terminal der geth wir werden uns in die normandy integrieren mir gefallen die geth wir erwarten den datenaustausch shepard commander wir haben unsere analyse des reaper datenkerns abgeschlossen ja haben sie was verwertbares gefunden wir wurden zu der alten maschine geschickt um die zukunft der geth zu retten wir können jetzt details darüber offenlegen die heretics haben eine waffe zum einsatz gegen die geth entwickelt sie würden es ein virus nennen es ist auf einem datenkern gespeichert den die serverin zur verfügung gestellt hat mit der zeit und uns das virus verändern und zu der schlussfolgerung bringen dass die verehrung der alten maschinen richtig ist und warum mussten sie dann zur leiche des weeper die heretics speichern den code in einem quantenspeichermedium das die solarin zur verfügung gestellt hat um das virus zu finden und zu zerstören müssen wir seinen code und seine datenspeicher strukturen verstehen das virus würde also allen geth die logik der heretics verpassen und dann würden alle geth gegen die organischen wesen in den krieg ziehen ja die geth glauben dass jedes intelligente lebewesen selbstbestimmt sein sollte die heretics glauben das nicht mehr sie sind der ansicht dass es besser ist uns eine ungültige schlussfolgerung aufzuziehen als weiterhin mit dieser spaltung zu existieren sehr interessant ich dachte man könnte geth nicht hacken oder mit einem virus infizieren wenigstens nicht für länger als ein paar sekunden veränderte programme werden aus dem archiv rekonstruiert neu installationen werden gelöscht diese waffe der heretics führt zu einem minimalen fehler in unseren basis runtimes das entspricht in etwa ihrem nervensystem eine gleichung mit dem ergebnis 1,33382 wird als 1,33381 berechnet das verändert die resultate sämtlicher höherer prozesse und führt zu anderen schlussfolgerungen der grund warum sie die reaper anbieten ist also ein rechenfehler das ist schwer zu erklären ihr gehirn funktioniert sowohl chemisch als auch elektrisch wie vi's bestehen sie aus hardware und software wir sind ausschließlich software mathematik die schlussfolgerungen der heretics sind für sie gültig unsere schlussfolgerungen sind für uns gültig keine davon ist an sich ein fehler eine analogie heretics sagen eins ist weniger als zwei guests sagen zwei ist weniger als drei wird es freigesetzt wie schnell würde sich das virus bei ihrem volk ausbreiten wir sind über ölg kommunikationsbanken vernetzt die meisten würden sich innerhalb eines tages verändern isolierte plattformen würden unbehelligt bleiben bis sie wieder im netzwerk hängen das ist schon sehr interessant wissen sie wo dieses ding ist in der hauptstation der heretics am rand der terminus systeme wir werden die koordinaten liefern für eine ungefährdete annäherung sind die tarn systeme der normandy nötig ich werde nicht zulassen dass ihre spezies einer gehirnwäsche unterzogen wird schon gar nicht um reaper zu verehren darauf gebe ich ihnen mein wort wir beginnen umgehend mit den vorbereitungen dann werden wir angreifen krieg so dann wollen wir jetzt mal zusehen dass wir die mission abschließen commander sie haben auf ihrem privaten terminal eine neue nachricht schon wieder wo die lüge darin die bin okay 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 nur die hilfte unseres treibstoffs ist noch übrig ja nochmal treibstoffen lässt genügend geld haben wir ja dann wollen wir legion helfen das meer der stürme hat sich aber schon interessiert der titel ist geil von dem system da hieß ja auch nur das so dann werden wir die mission jetzt machen und weil gegensätze sich anziehen das meer waffenschaden das ist sehr nützlich bei dem so das war's dann erstmal dann wollen wir loslegen oh ja ähm ihnen ist klar dass nur unsere wärmeabstrahlung abgeschirmt ist ein blick aus dem fenster und sie sehen uns kommen fenster sind strukturschwächen die gäste benutzen das nicht nähern sie sich der hülle an diesen koordinaten zugang erfolgt wir können weiter vor bringen achten diese einrichtung verfügt nur über wenig luft oder gravitation wird man uns nicht entdecken wir haben doch sicher alarm systeme gegen eindringlinge die sensoren wurden reduziert wir haben ihr drahtloses netzwerk infiltriert und die datenspeicher mit zufallsdaten gefüllt und das hilft uns jetzt weiter die heretics müssen diesen datenmüll bereinigen dazu haben sie sich in lokale netzwerke partizioniert um parallel arbeiten zu können jeder alarm ist auf diesen raum beschränkt nur ein zugriff auf den systemkern würde überall auf der station alarm auslösen wir haben hier eine aufgabe zu erledigen also los shepherd commander wir kamen zu dem schluss dass die zerstörung der station die einzige lösung des problems mit den heretics darstellte nun gibt es allerdings eine zweite option ihr virus lässt sich umstrukturieren und wenn wir es dann in das netzwerk der station leiten werden die heretics umgeschrieben und müssen unsere wahrheit akzeptieren wie auch immer diese geths sind jedenfalls kein problem mehr aber shepherd bedenken sie doch wenn sie diese geths umschreiben schließen sie sich den anderen an und die legion geths werden stärker können wir ihnen trauen dass sie uns nicht irgendwann angreifen warum haben sie das nicht gesagt bevor wir an bord kamen wir wussten nicht dass das virus schon fertig ist es kann gegen die echten geths jederzeit eingesetzt werden wir sind genau zur richtigen zeit gekommen es sind ihre leute legion sie müssen doch eine meinung haben es sind neue daten wir haben noch keinen konsens gefunden wir werden im verlauf der mission zu einem schluss kommen ich würde bei einer organischen spezies keine gehirnwäsche machen und ich wüsste nicht warum ich bei den geth anders verfahren sollte die überlegung ist irrelevant wenn wir sie nicht umschreiben zerstören wir sie darum sind wir hier zögern sie jetzt nicht sie werden ihre spezies auslöschen weil ihre götter es so wollen sie können mit ihnen nicht verhandeln sie kennen weder mit gefühl noch gnade oder furcht aber es ist eine coole architektur das muss man mal sagen mir gefallen die keine fenster damit kann man leben im weltraum besonders ist eine strukturschwäche das braucht man nicht die gäbe sind in aktiv vielleicht können wir an ihnen vorbeischrechen die unterbrechung von datenströmen würde das lokale netzwerk alarmieren wir empfehlen präventiv schläge gegen die hartling mutter feind feind außer gefecht ach toll warum sind die heretics mit diesen verteilern verbunden das sind mobile plattformen hardware die crew ist software die über den zentralcomputer der station miteinander kommuniziert das verstehe ich nicht ganz die heretics sind mit dem hauptcomputer verbunden um datenspeicher und programmupdates auszutauschen wir werden komplexer wenn wir uns zusammenschließen auf einer einzigen plattform isoliert zu sein bedeutet reduzieren wir sehen weniger wir begreifen weniger und es ist ruhiger wenn sie datenaustauschen erinnerungen wie behalten sie dann die übersicht welche ihre eigenen sind wie bleiben sie sie es gibt nur wir wir wurden geschaffen um untereinander daten zu teilen der unterschied zwischen einzelnen geth liegt in der perspektive wir sind viele augen die dieselben dinge betrachten eine plattform registriert etwas was eine andere nicht sieht und so kommt es zu verschiedenen beurteilungen des eindrucks ich verstehe ihre unentschlossenheit was die heretics angeht was immer sie mit ihnen machen fügen sie sich irgendwie auch selbst zu ja sobald sie zu uns zurückkehren und ihren speicher uploaden teilen wir ihre erfahrung verändert zu werden jede andere spezies die ich kenne würde von einer derartigen traumatischen erfahrung seelische narben davon tragen es ist nicht klar ob man geth überhaupt traumatisieren kann wir empfinden schmerz nicht so wie sie die ergebnisse können wir nicht voraussehen gehen wir weiter ja so aber das war es jetzt erstmal wieder für heute ich hoffe es hat euch spaß gemacht ich denke wir noch zwei drei teile zwei, drei so um den dreh dann sind wir damit mit dem spiel fertig äh nach nach ach guck mal wie viele stunden sind wir denn jetzt nur 33 stunden wird das auch langsamer zeit so dann auch einen schönen abend